Freunde, 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 ich habe was ganz krasses geplant. Falls ihr wissen wollt, was ich geplant habe, lasst ihr in einer Ecke ein Abo da. Und ich habe eine wichtige Frage, schaffen wir die 100 Likes auf dieses Video? Das wäre richtig krass, bin ich euch ehrlich. Also wenn wir 100 Likes schaffen, das wäre mein Traum. Ich habe was ganz krasses geplant, Leute. Also, ich bin euch ehrlich, ihr kennt ja alle meinen, ja, alten, krassen Snoopy Skin. Währenddessen muss ich mir mal kurz was zu essen holen, denn ich habe gar kein Essen mehr. Auf jeden Fall, ihr kennt ja meinen alten Snoopy Skin oder was halt alten. Auf jeden Fall, ihr kennt ja diesen Skin alle auswendig. Das war ja mein Main Skin. Ich hatte den auf der YouTube-Wennseil 1. Hier habe ich den. Eigentlich überall hatte ich den bisher. Und ich bin euch ehrlich, der Skin ist halt so, ja, den hat schon fast jeder. Was heißt, den hat schon fast jeder? Das ist so ein normaler Standard-Skin, würde ich sagen. Und ich habe mir gedacht, was soll ich sagen, ich brauche einen neuen Skin mal. Der ist langsam viel zu altmodisch. Ich muss mal ein bisschen neu werden, ihr wisst Bescheid. Vielleicht wird es auch manche enttäuschen, dass ich, ja, jetzt einen neuen Skin gemacht habe. Ja, ich habe mir einen neuen Skin gemacht, Leute. Ihr hört richtig. Ich habe jetzt einen neuen Skin und der ist wirklich zu krass. Wenn ihr den mal sehen könntet. Ähm, ja, das werdet ihr sogar gleich. Ihr werdet den Skin gleich sehen. Aber bevor ihr ihn sehen werdet, natürlich nicht abschalten, Leute, werde ich noch Challenges machen. Weil ich kann ihn ja nicht einfach so bekommen. Das geht ja nicht. Also, ich bin euch ehrlich, ich kann ja den Skin nicht einfach so bekommen. So richtig random. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich mir ein paar Challenges ausgesucht oder, ja, gedacht. Die vielleicht, dass ich den Skin halt bekomme, so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen mache ich jetzt einfach mal die Challenges. Die sind eigentlich simpel. Also, sind jetzt nicht die krassesten Challenges. Aber ich glaube, Leute, ja, wenn ich überhaupt mal alles schaffen würde, wäre es auch krass, ne? Eines davon auf jeden Fall richtig schwer. Also, ich muss, die letzte Challenge ist wirklich krass, bevor ich den Skin bekomme. Bin ich nicht ehrlich. Die erste Challenge ist easy. Ich muss ein War Tablet hier runter machen. Naja, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Wenn ich hier runterfalle und dann es nicht schaffe. Deswegen wünsche ich mir Glück, Leute, dass ich das schaffe. Wenn nicht, dann mache ich es einfach nochmal. So, ich hoffe, ich schaffe es. Weil wenn nicht, dann bin ich... Ja, doch, ich habe es geschafft. Ja, dann bin ich tot, ne? Aber nein, ich habe es geschafft. Geil. Die erste Challenge ist geschafft. Bevor ich meinen Skin bekomme. Ja, die war easy. Ähm, die war wirklich sehr easy. Die nächste Challenge ist... Was heißt die nächste Challenge? Also, das ist jetzt schon die letzte Challenge. Ja, okay, das sind nur zwei Challenges, sage ich mal. Aber das ist wirklich eine Challenge, Leute. Die wünscht man sich nicht. Also, meine... Ich sage euch so, meine Rüstung wird wahrscheinlich kaputt gehen. Oder auch nicht. Ich muss sehr viel Essen dabei haben. Deswegen habe ich mir jetzt Essen besorgt bei Alphasteinchen. Bitte, Alphasteinchen, kill mich nicht. Auf jeden Fall, ich gehe hierfür ins End, Leute. Das hat was mit dem End zu tun. Und das ist auf jeden Fall eine Challenge, die ist krass, krass, krass. Danach zeige ich euch schon mein Skin. Also, ihr seht hier Lava, Leute. Und das größte Problem dabei ist... Ach, wie komme ich hier rüber? Ja, und ich muss hier rüberkommen durch die Lava halt. Ich muss von hier aus bis nach da ganz hinten schwimmen. Ähm, frag dich, Leute. Es ist eine krasse Challenge. Ähm, ja, ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach mal. Aber ich denke, ich werde da dabei raufgehen. Ich weiß aber nicht. Äh, 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 ey. Nein, ich will nicht raufgehen. Oh, ey, ey, ich sterbe. Ich sterbe. Nein, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Alter, ich habe es geschafft. Leute, ich habe es geschafft. Ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat. Das hat locker zehn Minuten gedauert, bis ich hier rübergekommen bin. Oh mein Gott. Ey, ich bin von da ganz hinten hierher gegangen. Also, was heißt hierher gegangen? Hierher geschwommen. Oh mein Gott. Ey, Freunde. Alter. Ey, das war so anstrengend. Ich bin euch ehrlich. Aber jetzt zeige ich euch dafür meinen Skin. Meinen neuen krassen Skin, Alter. Freunde. Der ist so crazy. Ich sage es euch so, wie es ist. Also, ich kann euch schon so verraten. Diesen Skin, den ich jetzt gleich für immer auswähle, den kennt man schon. Also, den habe ich ein bisschen umgefärbt und habe dann den Skin als Main-Skin jetzt ausgewählt. Also, ich habe ihn noch nicht ausgewählt, aber das ist jetzt mein Main-Skin. Mein Haus wurde, by the way, immer noch nicht gemacht. Alfa Steinchen, Mann. Zackig, Zackig, Junge. Auf jeden Fall, mein Skin, der ist krass. Und ich bin euch ehrlich, ich will euch den zeigen. Und, ja, ich würde sagen, ich zeige euch den jetzt einfach mal. Äh, ja. Leute, seid ihr ready für den Skin? Ich ziehe dafür meine Rüste mal aus. So, Freunde. Leute, ich würde sagen, mein Skin kommt in drei, zwei, eins. Freunde, ihr seht mein Skin. Und wie findet ihr ihn? Also, wie gesagt, ich habe mich nicht komplett geändert. Das ist mein Fahrrad-Helb-Skin. Also, ich bin jetzt Fahrrad-Snoopy oder so. Ja, schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr den Skin findet. Also, ich bin euch ehrlich, ich fühle mich dafür damit krasser. Also, ich bin jetzt nicht mehr so dieser, mit dem, mit dem schwarzen Honig und so, sondern mit dem Fahrrad-Helb, Alter. Ich sehe auf jeden Fall sehr krass aus, bin ich euch ehrlich. Ich finde es auf jeden Fall viel krasser. Also, das gefällt mir viel besser. Ich fühle mich so freier. Ähm, ich sehe nicht mehr so hässlich aus, sage ich mal. Ich bin jetzt so ein Schütze. Bam, Junge. Ich bin euch ehrlich, der Skin blüht mir besser auf. Also, den kann man besser benutzen allgemein. Ich finde den halt einfach besser. Lasst dafür natürlich einen dicken, fetten Abo da. Und natürlich ein Like, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Weil, ich finde den wirklich crazy. Also, guckt euch den mal an. Was ist jetzt richtig, äh, ja, mit Rüstung. Mit Rüstung sieht der auch krass aus. Man erkennt es nur ein bisschen, aber mit Elytra dann halt, äh, auch schon mehr. Der ist auf jeden Fall, Leute, der Skin ist 10 von 10. Also, wenn man den nicht feiert, weiß ich auch nicht mehr. Weil, der ist wirklich so krass. Also, wenn ihr den nicht feiert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Schreibt natürlich in die Kommentare, wie ihr ihn feiert. Das würde mich sehr freuen. Ähm, damit ich weiß, ob ich den jetzt wirklich als Maleskin nehmen soll. Ob ihr den feiert. Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass ich jetzt, ähm, ja, den Skin, den Skin nehme und nicht den anderen. Ich weiß, Leute. Aber dafür, Leute, bin ich ein neuer Soup. Ein krasser Soupy. Und einfach ein Soupy, der krass ist. So kann man es auch nennen, Leute. Deswegen, Leute, würde ich sagen, ich hoffe, ich kann mein Haus noch ein bisschen verschönern. Weil ich finde das nicht so schön. Ähm, aber was heißt, ich finde es nicht schön. Wahrscheinlich hat es bloß nicht weitergemacht. Vielleicht ein bisschen, ähm, Dings hier machen. Also dieses Knochenmehl hier. So, wo ist Knochenmehl? Hier, ich nehme das jetzt einfach. Dann mache ich da einfach ein bisschen Knochenmehl. Und damit ich jetzt, ähm, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Ihr wisst, was ich meine. Dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. So, immer das hier wegmachen, Leute. Das sieht immer besser aus. Die Blumen sind nicht so geil. Deswegen, Leute. Ich feiere die Blumen nicht so. Zack. Ja, bis jetzt, weiß ich. Sieht nur naturell aus. Ihr wisst, was ich meine. Naturell, Leute. Naturell. Ähm, ja. Pflanze ja noch. Deswegen kann ich nicht so sagen, wie das bis jetzt aussieht von außen. Ähm, ich denke, es sieht gut aus. Ja. Sieht auf jeden Fall besser aus. Sieht nicht mehr so, so einsam aus, sage ich mal. Ich mache jetzt hier ein bisschen mehr hin. Zack. Das weg. Hier einmal eine Schicht hin. Zack. Hier einmal eine Schicht. Damit es vielleicht ein bisschen natureller aussieht. Wie ich schon eben gesagt habe. Jetzt sieht es vielleicht ein bisschen natureller aus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ähm, damit es auch besser aussieht. Damit, ja, Paulberger hilft. Nein. Ich baue jetzt Alpha Town. Und mehr aufblüht natürlich. Und ihr wisst, ich will den Alpha Clan verraten. Oder doch nicht. Naja. Irgendwann werdet ihr es herausfinden, ob ich den Alpha Clan wirklich verraten will. So, wie ich gesagt habe. Aber, äh, ich halte euch schon so Sachen. Ich denke schon, ja. Na klar. Ähm. Ist auf jeden Fall sehr krass. Ich habe mir auch überlegt, hier eine Treppe hinzumachen, die so hin, hin, hin geht. Also, so geradeaus halt einfach so geht. Und dann sieht es, glaube ich, auch nice aus. Denn sieht man auch direkt mein Haus und kann da hochgehen. Weil sonst muss man da die Treppen hochgehen. Und, ja, da kommen wir erst zu meinem Haus. Da habe ich mir überlegt, dieses Haus abzureißen. Ach, die Scheiße, Alter. Was ist denn Scheiße aus, Mann? Ja, eine Treppe, die halt hier so runter geht, dass man da auch easy hochkommt. Weil das ist ein bisschen Scheiße da. Das ist natürlich ein bisschen außerhalb mein Haus. Ich habe mir noch überlegt, was anderes Krasses zu bauen. Aber das werde ich vielleicht die nächsten Tage bauen. Ich sage euch so. Hier. Die große Krabbe, die ich letztens ausgehauptet habe. Braucht eine Konkurrenz. Warte mal. Nein, nicht von Pista. Von Snoopy, Alter. Großkrabbe gebaut von Snoopy. So, besser, Alter. Viel besser, Junge. Auf jeden Fall. Hier möchte ich vielleicht was Krasses hinbauen. Was Konkurrenz für die große Krabbe darstellt. Aber wer weiß. Vielleicht auch nicht, ne? Ähm. Wird auf jeden Fall sehr krass, Leute. Die nächsten Tage. Ich sage es euch so, wie es ist. Die werden richtig krass. Auch mit meinem neuen Skin. Hier, wartet mal. So. Mit meinem neuen Skin sieht es auch richtig krass aus. Also fühle ich mich einfach besser. So, wisst ihr, was ich meine? Ich muss mich natürlich noch gewöhnen an meinen Skin. Aber ich glaube, das wird schon, weil mein Skin ist krass so. Ich bin noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon krasser finde. Also doch. Aber ich weiß nicht, was ich so davon halten soll. Schreibt natürlich in die Kommentare, ob ich den wirklich behalten soll. Oder das einfach nur für eine Zeit machen soll. Und ja. Ich denke, das sieht geil aus, Freunde. Ich bin euch ehrlich. Das sieht zu wild aus. So. Wisst ihr, was ich meine? Mein Haus muss natürlich fertig werden. Ich möchte es ein bisschen passend zu meiner Farbe machen. Von meinem Kopf oder so. Ähm. Ja. Halt zum Beispiel rot. So einen kleinen Abstrich. Vielleicht hier das A-Rot machen. Boah, doch. Das soll ja ein A darstellen. Und das dann so rot machen. Ich glaube, das würde richtig krass kommen. Bin ich euch ehrlich. Ich finde, das sieht dann richtig krass aus. So. Kann man sich schon vorstellen. Und vielleicht diesen Alpha-Town-Dings hier besser machen. Ich glaube, das wird auch nice kommen. Also denke ich mal so. Ich finde auf jeden Fall bis jetzt sieht es schon Alpha-Town besser aus als davor. Davor war es ja einfach so, ähm, ja leer. So. Jetzt ist hier das hier dazugekommen. Das hier, die große Krabbe. Und meine Hausbespilze hier dazugekommen. Und das hier. Das ist auch nicht mehr lange lebt. Sieht aus wie eine Wassermelone und ein Hamburger. Zugleich irgendwie. Auf jeden Fall, das sieht krass aus hier. Ich bin euch ehrlich. Ich bin wirklich hyped, was die nächsten Tage passieren wird. Wir werden natürlich auch gegen die Bizepsbrüder vorgehen. Und sie vielleicht für immer vernichten. Also vor allem möchte ich das Juver nicht. Weil der ist ja nie gestorben. Und ich werde der Typ sein, der ihn killen wird, Leute. Ich bin euch ehrlich. Ich werde ihn killen zu 100%. Weg mit dir, Creeper. Weg mit dir. Bin ich so schlecht in AIM? Nein, natürlich nicht. So. Auf jeden Fall, ich möchte... Wer ist das? Wer ist das? Alles gut. Ich möchte auf jeden Fall den Alphardor verschwinden. Ich möchte ganz viel machen, Leute. Was ich euch schon gesagt habe, was ich hier besser machen möchte, das ist viel. Ich möchte auf jeden Fall alles neu machen am besten. Ich möchte alles viel schöner machen. Das werde ich auch natürlich die nächsten Tage machen. Ich habe mir auch überlegt, ein Hotel zu bauen. Was, glaube ich, auch sehr nice sein würde. Das wird richtig krass kommen. Ähm, ja. Ich würde sagen, Leute, ich wollte euch einfach meinen neuen Skin zeigen. Ob ihr den geil findet oder nicht. Ich finde den auf jeden Fall richtig geil. Und ich wollte euch zeigen, was ich alles neu machen möchte. Also, ich möchte ja richtig viel neu machen. So. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch mein neuer, neuer Skin gefällt. Warte mal, ich ziehe den kurz aus. So. Leute, ihr seht meinen Skin. Der sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Ich bin euch ehrlich. Ich feiere den. Ich feiere den viel mehr als der andere. Der andere war so langweilig irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Er war richtig langweilig. Ich bin euch ehrlich. Natürlich. Falls euch das Video gefallen hat, nochmal. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich wollte euch halt, wie gesagt, einfach allgemein zeigen, was ich hier gemacht habe. Und, ja, Freunde. Das war jetzt stupid. Ciao, ciao.